Eine extrem kleine, aber ebenso hochkarätige Trainingsgruppe heute, am Tag nach dem 4-0-Sieg in Freiburg, beim öffentlichen Training draußen auf der Anlage an der Säbener Straße. Mit dabei auch wieder Franck Ribéry, der gestern im Preisgau wegen eines Magen-Darm-Infekts noch fehlte und von Juan Bernat, auf der für den Spanier eher ungewohnten Position des Linksaußens gut vertreten wurde. Noch nicht wieder beim Training draußen, Arjen Robben und James Rodriguez, die beide, individuell im Leistungszentrum trainierten. Von den Profis schnell noch zu den Amateuren. Die Reserve der Bayern hat nämlich am Wochenende mit einem hart erkämpften 2-1-Sieg gegen Garching, es war der sechste Sieg in Serie, den Abstand zum lange Zeit souveränen Tabellenführer der Regionalliga Bayern, 1860 München, auf vier Punkte verkürzt. Raphael Obermeier und Milos Pantovic waren dabei die Torschützen der kleinen Bayern. Freizeiel ist mein Wahlhaus, am Wochenende Pantollen an, W bowl Jeden mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017